Basta hat viel Spaß dabei, vor seinem Haus in sehr matschigen Pfützen zu spielen. Schau, da ist Opa Bus. Ups, jetzt sind sie beide mit Matsch bedeckt. Aber Opa hat einen Plan. Wo bringt er Basta hin? Sie sind bei der Autowaschanlage, um sauber zu werden. Hurra! Sieht so aus, als hätte die Autowäsche keine Seifenblasen mehr. Aha, da ist die Seife. Opa fügt ein bisschen hinzu. Und Basta macht die Waschanlage an. Los, Basta, los! Moment mal. Das ist aber viel Seife, Opa Bus. Basta ist komplett mit Seifenblasen bedeckt. Wie lustig. Das war ein sehr guter Witz, Opa. Jetzt ist Opa dran mit dem Waschen. Sieht so aus, als hätte Basta einen Plan. Er wird sich rächen. Opa ist mit Seife bedeckt. Er sieht sehr albern aus. Sieh mal, Terry, der Traktor, ist zum Waschen hier. Wow, nicht so viel, Basta. Es ist super schaumig. Die Seifenblasen fließen rüber. Oh je, was für ein schaumiges Durcheinander. Otis sieht nicht sehr glücklich aus. Zeit, das Chaos zu beseitigen. Was für ein alberner Tag. Untertitelung des ZDF, 2020